Ein allerherzlichstes Willkommen zum Cthulhu Saves the World. Wir spielen das Spiel und ihr seid dabei. Wille Cthulhu sagen. Und ich sag Hallo. Wir lesen noch etwas. Tombstones. John Maynard. In the long run we are all dead. Ja, da hat er recht. Ian Flemming. I shall not waste my days in trying to prolong them. Ja, das macht auch Sinn. Geh lieber rechtzeitig schlafen. Garrison Kaila. They say much nice things about people at their funerals that it makes me sad to realize that I'm going to miss mine by just a few days. Schade. Wirklich schade. Alight and Stretchy. If this is dying, then I don't think much of it. Nein, ich würde wahrscheinlich wenn die Sterber auch nicht mehr viel übernachten. Black Widows. Es gibt nur eine Black Widow. Die spielt bei Agents of Cthulhu. Nein, Entschuldigung. Bei den Elfages. Okay. Komm, da machen wir nochmal einen Quake draus. Und wechseln sie. Manchmal muss man einfach mal in Quake investieren. Quake ist auch ganz wichtig. Oh, da habe ich ein paar Tombstones vergessen. Wollen wir doch lesen. Vampires, Necrolidas und Mummies. Ach, Leute. Und... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt sollte es ja nicht weniger Probleme nachzahlen. Wieso bist du gerade nicht dabei? Dann mache ich lieber mal erst Banty gehen. Noch ein Quake und du hast einen Heal auf Hockdorfer. Muss ich zurück. Ah, da ist er wieder. Offensichtlich war er gerade ein Stunt. Willow Ho! Cutest Korps in all the world! Oh sweet! Logan Britt! Selbstkannibalisation ist eine bessere Idee von jemandem, der weiß. J.D. Levy! Working on the Novel with the Rogue Robot Ninja Fashion Spice! Das wird garantiert ein Hit. Das wird garantiert ein Hit. So, die verprügeln wir jetzt einfach so. Ich habe gerade ein bisschen nur erschlagen. Aber das macht ja nichts, den Hände wieder aufstehen. Die große Gewohnheit. Zwischenspeichern. Weil ich habe keine Möglichkeit, um es den ganzen Leben noch wahrzumachen. Cameron Dixon. For the first poor soul to be buried here, but not at last. Ich glaube, das wird wahrhalten sich. Abigail Sellers. Living until the very end. Adam Levins. I'm not dead yet. Honestly. I just want to be prepared. Nickel Care. Dream and life. Dream and death. Endlos ist heimlich. If you examine this tombstone 10 times, absolutely nothing special will happen. But you're going to try it anyway, aren't you? Okay. If you examine... After submission. Zwei. Drei. Seen. Half. Dwarf. 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 Zerua Branche. Crushed to Death by Her beloved Sherry Blasen-Tree. Schade. Der schöne Abbau. Hugo Rivers. Famous Science-Fiction writer. May it sail among the stars. Maria Pace. She kept pace... Uh, Maria Parcher. She kept Parcher until the very end. Also so. Tim Boyer. Fluent in 25 languages. ich bin ich gar nicht hin ich habe ihn gezogen die fische ist doch groß mächtig umbauend so war das jetzt nicht gedacht so war das bei weitem nicht gedacht das war vielleicht hätte ich doch laden sollen also speichern so was wir zumindest haben sind diese ganzen tuns ich schaue mal ganz kurz ob es hier bei der oder was da gibt ich habe das gefühl dass die kinder gar nicht mal so schlecht sind und ich habe gerade festgestellt ob sie noch weiter tun ist die wir noch nicht gelesen haben okay die können wir so durchmesseln so kate in copp claim to claim he would never die match it sure shot him charles bogey's a bogey's a lift to arrive old age ribbon even further when he repeals to bury him for a month paula tates hope to become a banshee after death hoffentlich nicht eleno kramer really we are all better off now so jetzt gehe ich noch weg ich will eigentlich nicht nach jedem kampf speichern also kämpfe sind irgendwie irgendwie ja die bringen ja einen dazu die beiden müssen wir noch so wegkriegen auch ohne zu lieber ein paar mal mehr speichern oh eine kiste 9190 gold auch sehr nett ich glaube das ist das maximale gut mia west died hier in in her sleep must have been one crazy dream ja das glaube ich mal luciford died while crossing a river in the middle of winter keine gute idee betchen heinz caught every disease known to man we are surprised she lasted as long as she died josephine reeves buried with a twin who was also named josephine scary arian valdez a beloved father friend to all really awesome cultist der arme den hätten wir gebrauchen können benjamin tucker towered above the crowd alive jacob stevens team jacob was very popular until this tragic demise ja das stimmt jaden graham a cookie a day keeps the doctor very busy ein paar facts ja das klappt man kann ja nicht die bewirken die 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 Das war ein bisschen spät. Dann versuchen wir das halt nochmal. Ihr seht, das Spiel ist für dumme Leute einfach zu schwer. Wir haben hier noch ein paar Grabsteine. Abba Bryant lebte bis sie 145 Jahre alt war. Wir sind noch nicht sicher, wie sie das gemacht hat. Manche Dinge, die man lieber nicht wissen. Anna Coe, beijer in der Erde, als sie in der Erde war. Das ist böse. Jessica Patterson, Mutter von 24. Komm, das kriegen wir auch so weg. Das ist es gut. So, das geht nicht. Gabriel Rivera, wir sind sicher, wird er für eine bessere Zombi? Aber Alexander Nuevo, fahrradd das Abkommen. Klaue-Ross, let us remember her not for what she was, but for what she might have become. Felix Merris, died in a random encounter, how lame is that? Äh, ziemlich. So was würde nie jemand machen. Alissa Cooper, dead. Das hoffe ich doch. Daria Morgan, a loving daughter, taken from us too soon. Numiko the Ninja Pirate, trapped between two worlds, Billcom and neither. Killed by a robot zombie, may she find the rest she deserves. Ruby Green, died of embarrassment from the name that her parents gave her. Ah, scabry girl. Maya Reed, liked to play the clarinet. Und da gibt's ja noch mehr. Also, da gibt's ja noch mehr. Svelte Linker, drank and drank and drank some more, until he found he could drink no more. How lyrical. Gordon McNeil, played an awesome musical triangle. Your name. That's right. This tomb has your name on it. Yes, you. The person with the controller. Scared, yes? Okay. This grave, uh, deliberately left empty. Eh, das muss ja auf Erweiterungsmöglichkeiten gehen. Yeshua King. Not much of a few. But the rent is cheap. Das ist schon. Oliver Hills Hand. All that we found him was his hand. So, what spirit here? So, ich hab keine Lust mehr anzulaufen. Links oder rechts? Ich versuch's mal das. Mehr tombstones. Woody Allen. I don't want to achieve immortality through my work. I want to achieve immortality through not dying. Ja, das ist ein viel besser zu sehen. George Smith. Wish you were here. Mark Twain. The rebirth of my death was an exclamation. Yarra White. Dig four feet and you will see a chilly body that onsworts me. Oh, die body. A William Sarriven. Everybody has got to die, but I have always believed an exception would be made. Das hoffen wir alle. Lucas Liebes. Farewell, crew board. We got to snake wave. Krip. Oktober. Button. Snake wave. Yay. Sorry. Safe. Identity. Lan la la la. Lan la 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 la.. An Compared to the yepy. Lina la la Staun 무'унst. are mixed Zaun. Metallity 140 Oh, Magic und mehr Metallity. Perfekt. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Und dann haben wir noch irgendwas nicht gehabt. Lalalalalalalalalalalalalalalala Och, das ist nicht. Lalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala You've got a shortcut. As you pull your treasure out of the earth chest, the guardian of the earth cemetery appears, the dreaded living tombstone. Watch out. Spirit Knight. Magic. Blasten wir mal. Wir braven uns. Und... Das sind leider zwei. Ich muss jetzt nicht zwei gucken, wer das total will. Gehen auch wieder um. Gehen auch wieder ganz rum. Wer sagt was? Das wird auch klein. Ich gehe auch optimal. Ich habe noch etwas stärkeres. Ich will die Resistance runter senken. Okay. Ah, wusste ich doch, dass er neue macht. Ich habe noch eine Flamestrengung auf dich. Magic Quake. Magic Hero. Verne ich gar nicht. Das ist immer noch nicht so. Ich bin wirklich dran. Er geliyor immer noch nicht. Machen wir mal ein bisschen mehr Schaden. Oh, er kann Quake, das ist, äh, oh, das ist nicht optimal. Nein, das ist in der Tat nicht optimal. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt gleich nochmal neu. Wir haben ja Zwischengespräch vor Jahrhunderten. Ja, ha, 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 warum? Zumindest müssen wir den ganzen Text nicht mal vorlesen. Ich muss nur nicht einfach über uns gehen bleiben. Das war ein Clip. Sharp. Armor. Rusty Killed. Safe. Und das war ja alles. Es ist alles gut. Magic, Agility ist immer gut. Magic bis 100% Da Blasten gehen. Wir sollten zumindest einen von den Spirits nehmen. Ich regne noch mal ganz kurz. Wir lassen den anderen leben. Weil wir nicht wollen, dass der... ...weil wir nicht wollen, dass der... ...weil wir nicht wollen, dass der... ...eine neue holst, denke ich. Ich habe auch das Quakes. Ich muss das ein bisschen rauskenden. Oder noch mal einen Quakenkasten, der ist okay, ich nehme mich um. Doppelt Quaken ist nicht zu gut. So, wir laufen noch mal hin. Vielleicht sollten wir Pass auch einfach mal rausnehmen. Party. Kasudu bleibt drin, wir nehmen Umi rein, Schaden und Röden nehmen Ock. So, wir machen das mal so. Und ob das jetzt Wirkung zeigt, werden wir einfach in der nächsten Folge feststellen. Wer hätte das erwartet. Bis gleich, oder bis, bis demnächst. Ciao. 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 '. Untertitelung des ZDF, 2020